Die Erde ist der dichteste, fünftgrößte und der Sonne drittnächste Planet des Sonnensystems. Sie ist Ursprungsort und Heimat aller bekannten Lebewesen. Ihr Durchmesser beträgt mehr als 12.700 Kilometer und ihr Alter etwa 4,6 Milliarden Jahre. Nach ihrer vorherrschenden geochemischen Beschaffenheit wurde der Begriff der erdenlichen Planeten geprägt. Das astronomische Symbol der Erde ist, oder? 5. Da die Erdoberfläche zu etwa zwei Dritteln aus Wasser besteht und daher die Erde vom All betrachtet vorwiegend blau erscheint, wird sie auch Blauplanet genannt. Sie wird metaphorisch auch als Raumschiff-Erde bezeichnet. Die Erde spielt als Lebensgrundlage des Menschen in allen Religionen eine herausragende Rolle als heilige Gantzeit, in etlichen ethnischen, volks- und historischen Religionen entweder als diffuse Vergöttlichung einer Mutter Erde oder als personifizierte Erdgöttin. 6. Das gemeingermanische Substantiv Erde in Mittelhochdeutsch, in Althochdeutsch Erde beruht mit verwandten Wörtern anderer indogermanischer Sprachen auf R, 7. Die Erde bewegt sich gemäß dem ersten Keplerschen Gesetz auf einer elliptischen Bahn um die Sonne. Die Sonne befindet sich in einem der Brennpunkte der Ellipse. Die Ellipsenhauptachse verbindet den Sonnenpfannen und Sonnennächstenpunkt der Umlaufbahn. Die beiden Punkte heißen Aphel und Perihel. Das Mittel aus Aphel und Perihel-Abstand ist die Länge der großen Halbachse der Ellipse und beträgt etwa 149,6 Millionen km. Diese Länge definierte ursprünglich die astronomische Einheit, AE, die als astronomische Längeneinheit hauptsächlich für Entfernungen innerhalb des Sonnensystems verwendet wird. Das Aphel liegt bei 1,017 astronomischen Einheiten, 152,1 Millionen km, und das Perihel bei 0,983 astronomischen Einheiten, 147,1 Millionen km. Damit hat die Ellipse eine Exzentrizität von 0,0167. Der Apheldurchgang erfolgt um den 5. Juli und der Periheldurchgang um den 3. Januar. Die Erde umkreist die Sonne in 365 Tagen, 6 Stunden, 9 Minuten und 9,54 Sekunden, diese Zeitspanne heißt auch siderisches Jahr. Das siderische Jahr ist 20 Minuten und 24 Sekunden länger als das tropische Jahr, auf dem das bürgerliche Jahr der Kalenderrechnung basiert. Die Bahngeschwindigkeit der Erde beträgt im Mittel 29,78 km pro Sekunde, im Perihel 30,29 km pro Sekunde und im Aphel 29,29 km pro Sekunde, somit legt die Erde eine Strecke der Länge ihres Durchmessers in gut 7 Minuten zurück. Die Erdbahn ist zur inneren Nachbarbahn der Venus im Mittel 0,28 astronomische Einheiten, 41,44 Millionen km, und zur äußeren Nachbarbahn des Mars im Mittel 0,52 astronomische Einheiten, 78,32 Millionen km, entfernt. Im Mittel ist jedoch Merkur der Erde am nächsten, 1,039 AE, 8, auf der Erdbahn befinden sich mehrere koorbitale Objekte. Weitere Details hier, Erdbahn Die Erde umkreist die Sonne pro Grad, das heißt in der Rotationsrichtung der Sonne, was vom Nordpol der Erdbahnebene aus gesehen entgegen dem Uhrzeigersinn ist. Die Erdbahnebene wird Ekliptik genannt. Die Ekliptik ist um gut 7 Grad gegen die Äquatorebene der Sonne geneigt. Der Sonnen-Nordpol ist der Erde am stärksten gegen Anfang September zugewandt, der Sonnen-Südpol gegen Anfang März. In der Sonnen-Äquatorebene befindet sich die Erde nur kurz um den 6. Juni und den 8. Dezember. Die Erde rotiert pro Grad in Richtung Osten einmal um ihre Achse relativ zu den Fixsternen in 23 Stunden, 56 Minuten und 4,09 Sekunden. Diese Zeitspanne wird analog zum siderischen Jahr als siderischer Tag bezeichnet. Weil die Erde die Sonne auch pro Grad umkreist und daher am nächsten Tag etwas anders zur Sonne steht, siehe Abbildung rechts, ist ein siderischer Tag etwas kürzer als ein Sonnentag, der als die Zeitspanne zwischen zwei Sonnenhöchstständen, Mittag, definiert und in 24 Stunden eingeteilt ist. Auf dem Erde-Äquator hat ein Punkt wegen der Eigenrotation eine Geschwindigkeit von 464 m pro Sekunde bzw. 1670 km pro Stunde. Dies verursacht eine Fliehkraft, die die Figur der Erde an den Polen geringfügig abblattet und am Äquator zu einem Äquatorwulst verformt. Daher ist gegenüber einer volumengleichen Kugel der Äquatorradius 7 km größer und der Polradius 14 km kleiner. Der Äquator-Durchmesser ist etwa 43 km größer als der von Pol zu Pol. Deshalb ist der Chimborazo-Gipfel wegen seiner Äquatornähe der Punkt der Erdoberfläche, der am weitesten vom Erdmittelpunkt entfernt ist. Die Erdrotationsachse ist 23 Grad Zeichen 26 Apostroph gegen die senkrechte Achse der Ekliptik geneigt. Dadurch werden die Nord- und die Südhalbkugel an verschiedenen Punkten der Erdbahn von der Sonne unterschiedlich beschienen, was zudem das Klima der Erde prägenden Jahreszeiten führt. Die Achsneigungsrichtung fällt für die Nordhalbkugel derzeit in die Ekliptik-Hallänge des Sternbilds Stier. Dort steht, von der Erde aus gesehen, am 21. Juni die Sonne zur Sommersonnenwende. Da die Erde zwei Wochen später ihr Erfehl durchläuft, fällt der Sommer auf der Nordhalbkugel in die Zeit ihres sonnenfernen Bahnbereichs. Am Erdäquator Wulst erzeugen die Gezeitenkräfte des Mondes und der Sonne ein Drehmoment, das die Erdachse aufzurichten versucht und sie kreiseln lässt. Dies wird lunisolare Präzession genannt. Dadurch vollführt die Erdachse einen Kegelumlauf in 25.700 bis 25.800 Jahren. Mit diesem Zyklus der Präzession verschieben sich die Jahreszeiten. Zusätzlich verursacht der Mond durch die Präzessionsbewegung seiner eigenen Umlaufbahn mit einer Periode von 18,6 Jahren eine nickende Bewegung der Erdachse, die als Nutation bezeichnet wird. Der Mond stabilisiert zugleich die Erdachsenneigung, die ohne ihn durch die Anziehungskraft der Planeten bis zu einer Schräglage von 85 Grad taumeln würde. 9. Für Einzelheiten sehe den Abschnitt Mond.